Hallo und herzlich willkommen zu einer weiteren Folge von Entschrouded. So, ich werde glaube ich hier mal den Korb noch abbauen. Jetzt müsste ich mal gucken. Kann ich der Dame da einen Kamin reinstellen? Was brauche ich dafür? Ähm... Stauraum... Feuerstellen... Genau, da stellen wir mal eine her. Passt. Feuerstelle... Zack. Äh, so. Dann stelle ich der Jägerin da mal eine rein, dass die hier auch Wärme hat. Feuerstellen, so wichtig. Und ich gucke mal, glaube ich hier. Jawohl. Machen wir noch eine Kerze drauf. Passt. Warum kann ich da oben keine Kerze reinmachen? Das ist schade. Hätte ich schon da drin gesehen irgendwo. Naja, mal gucken, was da sonst noch an Möbeln... Ich könnte noch einen Hocker machen und dann eine Kerze da hin. Das... Habe ich einen Hocker dabei? Ne, ich habe keinen dabei. Äh... Tische, Betten, Stühle... Genau, sowas. Stellen wir her. Wo haben wir denn? Da. Da kann ich nämlich dann auch nochmal eine Kerze draufstellen. Ah, doch, so sehe ich. Das sehe ich. Sehr gut. Dann hat sie nämlich Licht. Ähm... Passt. Da könnte ich hier die Bank unterbringen. Das würde ich schon hier sehen. Machen wir auch mal eine Kerze drauf. Sehr gut. Ihr habt eine Feuerstelle. Aber ihr habt auch nicht wirklich Licht hier drin, ne? Müssen wir auch noch ändern. Dann machen wir gerade mal noch Fackeln. Müsste ich ja jetzt eigentlich gut machen können. Licht... Quellen... Fackeln... Eine kann ich zumindest machen. Naja, eine ist besser als keine. Ähm... Ihr kriegt mal hier Licht hin. Und den Rest kümmern wir uns später. Doch. Oh, hier ist was Kaputtes. Bauen wir mal ab. So, dann werde ich gerade mal die Sachen ins Lager bringen. So... So... Haben wir hier irgendwas dabei. Ja... Oh, hier kann ich auch noch Tomaten-Dings mitnehmen. Für... 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 Unseren Dings oben. Da ist nichts drin. Die ist leer. Okay... So... So... Das kann da rein. Stöcke haben wir noch. Die können wir mal hier rüber tun. So, winzige Truhe. Die kann ich eigentlich löschen. Die braucht man nicht mehr. Stofffetzen können hier rüber. Knochenmehl kann hier rüber. Getrocknetes Fell kann hier rüber. Die Zäune kann ich oben noch aufbauen. Da weiß ich schon, wo die hinkommen. Zäune sehe ich nämlich hier. So. Okay. Dann haben wir das Lager. Ach, da habe ich noch einmal Knochenmehl vergessen. Das bringen wir auch noch weg. Und dann haben wir das Inventar wieder weitestgehend leer. So. Ach, und die Tomaten muss ich noch anpflanzen. Das habe ich jetzt natürlich vergessen. Da muss ich auch noch mal gucken. Da ist ein Loch in der Wand, wo keins sein sollte. Tomaten. So, Rezepte durchsuchen. Tomaten. Ah ne, ich brauche Wasser und Tomate. Ach so. Wasser, Aurelienblumen und Knochenmehl. Und Flax. Wasser und Flax. Dann machen wir das. Dann bringe ich die Tomatensetzlinge gerade mal weg. Muss ich mal gucken, was ich damit machen kann. Kann ich die irgendwo in den Boden setzen? Ah, das gucken wir mal. So, dann nehme ich das mal mit. Und das. Wasser habe ich ja in Massen. Das können wir nämlich dann alles hier rein tun. Zack. Einmal. Zweimal. Die kommen wieder hier rüber. Und. Stapel teilen. So. Und da sind die anderen. Okay. Machen wir Flaxsetzlinge. Muss ich mal gucken. Kann ich hier hinten gärtnern? Dass wir hier dann Tomatensetzlinge hinmachen. Tatsächlich. Cool. Aber wahrscheinlich mache ich die besser in Dings rein. Aber ich setze die jetzt hier gerade mal. Wahrscheinlich mache ich dann besser so richtige Felder. Aber das gefällt mir. So. Wir gehen gerade mal noch weitere Dinge holen. Dass ich das dort hinten alles abgebaut kriege. Hier. So. Das kann alles rüber. Die nehmen wir auf. Das kann alles rüber. Die nehmen wir auch auf. Die zwei machen wir aber auch gleich weg. Löschen. 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 Das nehmen wir auf. Ach. Hier haben wir ja auch noch eine Lampe. Nehmen wir auch auf. Ne. Die wollte ich aufnehmen. 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 Auch den nehmen wir auf. Die Tür können wir aufnehmen. Die Fenster braucht man natürlich. Das lassen wir nicht hier. Sowas von nicht. So. Dann haben wir hier unten alles. Hier oben haben wir noch gar keine Fenster drin. Krass. Ich dachte ich hätte. Rucksack voll. Was ist das? Siegelring des Wächterältesten. Das Gerüst. Überlege gerade, ob ich hier irgendwas wegtun kann. Aber nicht so wirklich. Gut. Dann reisen wir geschwind nochmal rüber. Und holen den Rest gleich hinterher. Dann bräuchte ich nämlich das nur noch hier abreißen. Und muss ich die eigentlich auch gießen, die Pflanzen? Ja, und dann sind wir nämlich hier. Vollständig. Freue ich mich. So, alles rüber. Was dort reingeht. Das Baugerüst packe ich auch mal da hin. Die Tür kommt dort noch hin. Die Zäune. Zäune. Tisch. Und die Stühle. Und den Ofen machen wir auch mal hier rüber. Die Schädellampe. Die Wandfackel kann ich gleich noch irgendwo unterbringen. Ähm... So. Da machen wir mal die Haselnüsse mit hin. Ich glaube hier unten... Packe ich die Tomatensträucher mal noch rein. Ich seh die irgendwie doch schon ein bisschen hier unten noch mit. Und den Stab packe ich mal hier hin. Sonst hatte ich hier ja jetzt nichts, was da reinpasst, ne? Ne. So. Machen wir das gerade mal so. Den Ring kann ich hier noch rüber tun. Ach, hier habe ich auch schon einen Beschwörungsstab. Okay. Dann kann ich den eigentlich löschen. So. Da noch alles rein, was reinpasst. Hier noch alles rein, was reinpasst. Und dann die Dinge auch noch. Dann mache ich den Beschwörungsstab, glaube ich, doch wieder hier raus. Und packe den hier dazu. Hier ist er besser untergebracht. So. Die Wandfackel. Ja, ja. Die Warte im Düsterdickicht. Der kriegt hier noch eine Wandfackel rein. So. Dann gehen wir mal wieder rüber und holen den Rest. Und dann kann ich das Gebäude da auch abreißen. Und dann kann ich da, glaube ich, auch den Spawnpunkt wegmachen. Ah, das brauchen wir noch. Halt. So, oben die Dinge noch. Und dann können wir anfangen mit Abriss. Sehr gut. Ja. Her mit dem Hammer. Machen wir natürlich so. Ich baue hier ja nicht Steinchen für Steinchen ab. Ich bin ja nicht bescheuert, ne? Ja. War schön, das Gebäude hier zu bauen. Ups. Aber jetzt kann es dann weg. Hm, hm, hm. Und dann können wir, wie gesagt, auch den... Den, äh... Das da wegmachen, ne? Hm, hm. Was ist damit? Da brauche ich, glaube ich, wieder... Die hier. Die habe ich, glaube ich, so einzeln gebaut damals. Ja, müssen wir sie einzeln wegmachen. Alternativ könnte ich es natürlich einfach stehen lassen, aber... Wir bauen das hier zurück. Wir lassen kein Material hier. Das war, glaube ich, ganz am Anfang. Da hatte ich das noch nicht so geblickt, dass man auch die großen Elemente verwenden kann. So. Dann haben wir jetzt noch... Den hier. Den müsste ich doch auch abbauen können. Flamme tilgen. Tilge die Flamme, um dann Flammenaltar zu entfernen. Ungeschützte Bereiche werden vom Miasma verzerrt. Ja. Äh... Äh... Ja. So. Kann ich den jetzt mitnehmen? Ne, reaktivieren will ich nicht. Müssen wir warten. Mal gucken, was dann passiert. Vielleicht ist er dann noch gleich einfach futsch. Oder geht es mit dem Bauhammer? Jetzt ist er weg. Ja, das war es mit dem Baugebiet. Hier war gerade irgendwas. Was? Hm. Weg ist es. Habe ich die Flamme jetzt? Oder kann ich jetzt noch einen neuen Flammenaltar bauen? Hm. Das ist jetzt die große Frage. Ja. Weg ist es. Dann würde ich sagen, ziehen wir wieder rüber. In unser eigentliches Zuhause. Sehr schön. Das müssen wir mal noch alles reparieren. Jetzt kann ich hier gerade noch mal wieder ins Lager räumen. Hier könnte ich noch... Ich habe doch hier die Standfackel. Ach, hier haben wir den Mahlstein, ne? Was können wir denn damit machen? Knochen malen. Ich habe noch gerade keine dabei. Okay. So, dann bringen wir mal die Sachen gerade hier rein. Die wir nicht mehr brauchen. Steinblöcke. Da könnte ich mal... Dann kann ich nämlich draußen mal Dings setzen. Die Zäune nehme ich auch mal mit. So. Das ist leer. Ah, dann haben wir nur noch das Bett und den Tisch. Das kann natürlich hier oben rein. Oder ich lasse... Das Bett kann ich zum Beispiel oben zum Alchemisten hinpacken. Und zum Schreiner. Und sie könnte, glaube ich, auch ein Bett gebrauchen, ne? Aber ich muss mal gucken, ob ich ihr noch ein eigenes Zimmer gebe. Wenn sie hier einfach so den großen Eingangsbereich hat. Das sehe ich noch nicht so. Ach so, ne. Türen mache ich woanders, ne? Türen würde ich hier machen. Bänke. Türen. Da brauchen wir zweimal eine Holztür. So, passt die hier rein. Jo. Sehr schön. Okay. Dann ist das ja schon ein bisschen besser. Den machen wir mal weg. Das ist kaputt. Das ist auch kaputt. Das mit dem Buch sehe ich hier durchaus. Ich gucke mal, ob ich hier ein Bett hinmache. Ich gucke mal, ob ich hier ein Bett hinmache. So. Dass sie zumindest theoretisch eines hat. Und den Tisch. Den würde ich hier sogar sehen. Ach ne, das ist eine Werkbank. Das ist gar kein Tisch. Könnte ich trotzdem hier hin machen. Sehr gut. Äh. Wir haben zehn Flachslesetzlinge. Sehr gut. Dann kann der jetzt mal die machen. Und bei ihr müsste ich mal so Beete bauen. Was hat sie gesagt? Äh. Kamillentee. Verbessert die Gesundheit und die Kondition. Saatbeete. Blumenerde. Perfekte Erde, um schöne Blumen zu züchten. Und Farmboden brauchen wir. So. Goodbye. Wie kann ich hier Farmboden setzen? Das würde ich hier schon so ein bisschen sehen, muss ich sagen. Äh. Müssen wir hier nochmal das Zeugs weg machen. Muss ich mal gucken, ob ich das nachher mit dem Bauhammer machen kann. Jetzt würde ich mal hier erstmal das tiefer setzen. Ich dachte gerade, da kamen, kämen Wolf. Das waren aber nur Nebelschwaden. Oh, und wie ich sehe, ist die Zeit auch schon wieder um. Deswegen sage ich mal vielen, vielen Dank fürs Zuschauen. Ich hoffe, euch hat es gefallen. Lasst gerne ein Like, einen Daumen nach oben da. Gerne auch ein Abo, wer noch nicht abonniert hat. Kostet nichts auf YouTube. Und. Äh. Ja, ihr unterstützt mich als Creator damit schon sehr. Ja, in diesem Sinne sage ich vielen, vielen Dank fürs Zuschauen. Und Tschüss. Bis zum nächsten Mal.